Wie würde die Gesellschaft reagieren, wenn sich plötzlich herausstellt, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die unsterblich sind? Und was wäre, wenn diese Unsterblichen auch noch Geister beschwören könnten, die für das sterbliche Auge nicht sichtbar und zudem noch sehr, sehr gefährlich sind? Finden wir es heraus in Gamon Sakurais übernatürlichen und trotzdem noch erstaunlich geerdeten Manga Ajin Demihuman. Kei Nagai ist eigentlich ein normaler Schüler und damit unser Standard-Manga-Protagonist, bis er von einem Laster angefahren wird und stirbt. Was dort auf dieser Straße hätte enden sollen, geht aber weiter. Kei stellt fest, dass er unsterblich ist. Er ist ein Ajin. So nennt man in dieser Welt Menschen, die nicht mehr an die Regeln der Natur gebunden und unsterblich geworden sind. Eigentlich ja ganz cool für Kei, schließlich ist er nicht tot und lebt weiter. Blöd nur, dass die seit ein paar Jahrzehnten selten auftauchenden Ajin von der Gesellschaft verachtet und zudem gejagt werden. Wer einen Ajin fängt, dem winkt eine satte Belohnung und den gefangenen Ajin winken unmenschliche Laborexperimente. Schnell habe ich als Leser diverse Fragen im Kopf. Warum genau sind die Pseudo-Highlander so verhasst? Wieso werden ihnen scheinbar alle Rechte abgesprochen? Und wie werden sich die Ajin gegen Laborversuche und gegen diese hasserfüllte Behandlung wehren? Ajin weckt da von Anfang an gekonnt meine Neugierde. Kei ist übrigens nur so halb der Protagonist dieser Geschichte. Zwar dreht sich zu Beginn die Story stark um ihn und das Entdecken seiner Unsterblichkeit und den damit zusammenhängenden Fähigkeiten und Problemen, aber in fortlaufenden Bänden geht es auch mal diverse Kapitel lang überhaupt nicht um Kei und andere Charaktere rücken in den Fokus. Das sind dann meist andere Ajin, etwa Satou, der quasi die Rolle des Hauptantagonisten übernimmt und eine Art Ajin-Widerstandsbewegung leitet. Satou geht mit seiner Unsterblichkeit extrem rücksichtslos um, ist im Kampf damit auf fast schon gruselige Art und Weise effektiv und hat dabei immer dieses ruhige, leichte Grinsen im Gesicht. Und dann wäre da noch Tozaki, der Leiter einer Art Forschungsabteilung, die auf Ajin spezialisiert sind, der ebenfalls auf sehr skrupellose Art und Weise gegen die Unsterblichen und ihre Geister vorgeht. Besagte Geister sind mit das mysteriöseste Element in dieser Erzählung, da ihre Herkunft, das Ausmaß ihrer Fähigkeiten und ihr Verhalten große Rätsel aufgeben. Abgesehen davon inszeniert sich dieser Manga aber bodenständiger, als sich erwartet hätte und nutzt seine wenigen übernatürlichen Elemente sehr kreativ, vor allem in den nicht gerade seltenen Schusswechseln und Kämpfen. Da richten sich Ajin auch mal selbst, um etwa Betäubungspfeilen zu entkommen oder durch sich durchzuschießen. Von Band zu Band wird klarer, wozu die Ajin tatsächlich in der Lage sind und auch welche Auswirkungen die Unsterblichkeit und die Reaktion der Menschen auf ihre Psyche haben. Da ist es schon fast eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn der Großteil der Menschheit die Ajin als Monster verachtet und diese sich in die Ecke gedrängt zu monströsen Taten gezwungen fühlen. Ob das aber wirklich der Grund für ihr Verhalten ist, lässt Ajin eine ganze Weile offen. Nach ein paar Bänden fiel mir auf, dass es keine klassischen Helden in dieser Story gibt, keine Bezugsperson. Schnell stellt sich raus, dass selbst Kay jetzt nicht unbedingt der sympathischste Kerl ist, den man sich so vorstellen kann und auch bei den anderen Charakteren gibt's ein verhältnismäßig dünnes Aufgebot an Good Guys. Ajin versucht sich hier an moralischen Grauzonen. Echte Ambivalenz gibt es aber kaum. Stattdessen sind viele der Charaktere in dieser Geschichte einfach nur egoistische Arschlöcher. Obwohl ich hier kaum einen Charakter wirklich sympathisch finde, bleibe ich trotzdem dran, weil der Erzählfluss nie ins Stocken gerät mit dem ständigen Hin und Her zwischen den Ajin und der Regierung oder Söldnergruppierungen, was teilt zu sehr, sehr guten und immer klar strukturierten und gut gezeichneten Action-Szenen führt, wenn etwa ein Hochhaus besetzt wird und Tozaki und Co. versuchen, die Ajin in eine Falle zu locken, was dann natürlich zu mehr Problemen führt als gedacht. Ich musste bei den häufigen Schusswechseln oder Nahkampfgefechten irgendwie an Filme wie The Raid denken, wahrscheinlich weil hier auch oft Materialschlachten auf engem Raum zwischen einer Vielzahl an Kämpfern stattfinden. Die meisten Akteure bekommen im Laufe der Story eigene Hintergründe und damit zumindest ein wenig mehr Charaktertiefe, sie wurden bisher aber nie sonderlich komplex. Am interessanten, ist da wirklich der bereits genannte Sato, wobei ich auch die Entscheidung hinter Keis scheinbarer Gleichgültigkeit gegenüber seinen Mitmenschen sehr spannend finde und durchaus interessiert bin, wo Sakurai damit hin will. Optisch sticht bei Ajin vor allem die Gestaltung der Geister heraus, die zwar immer eine humanoide Form haben, aber dafür schön schräge Köpfe, deren Symbolik in direktem Zusammenhang mit ihren Ajin zu stehen scheint. Mir gefällt zudem, dass die Herkunft der Unsterblichen nicht wirklich erklärt wird und bisher auch kaum Thema war. Das hilft dem Mysterium ungemein und rückt den Fokus eher auf die unmittelbaren Konfliktherde. Da bleibt natürlich die Frage offen, ob und wenn ja wie es Sakurai das in Zukunft handhabt. Ich habe alle neun bisher in Deutschland erschienenen Bände von Ajin gelesen und trotzdem fühlt es sich so an, als würde diese Story gerade erst losgehen. Ich hoffe aber, dass der aktuell laufende Konflikt nicht zu sehr gestreckt wird und bin sehr gespannt auf das Ende, das da noch kommen mag. Da ich abgeschlossene, kompakte Geschichten bevorzuge, hoffe ich natürlich auch, dass Ajin kein 20- oder 30-Bände-Manga wird. Es existieren übrigens bereits verschiedenste Adaptionen zu Ajin, etwa eine Anime-Serie auf Netflix oder eine Filmtrilogie von Polygon Pictures und ein Live-Action-Film soll noch in diesem Jahr in Japan erscheinen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist in Japan zudem bereits der zehnte Band von Ajin erhältlich, der ebenfalls noch in diesem Jahr bei uns erscheinen soll. Aber das nur als Info am Rande. Ajin Demihuman liest sich wirklich gut weg und bietet verdammt coole Action vor allem durch den Unsterblichkeit-Twist und durch diese Geister hier. Auf der anderen Seite übertreibt es auch nicht mit übernatürlichen Elementen oder allzu komplizierten Regeln, wofür ich sehr dankbar bin. Wer allerdings eine sehr komplexe Behandlung des Themas der Unsterblichkeit sucht oder einfach sehr tiefgreifende Charakterzeichnungen in seiner Geschichte haben möchte, der ist hier eher fehl am Platz. Trotzdem ist Ajin eine sehr schnelle und spannende Action-Story, bei der ich zumindest es kaum erwarten kann, bis der nächste Band erscheint und das ist, denke ich, doch mal ein ganz gutes Zeichen. Das soll es jetzt gewesen sein für Manga Awesome und Ajin Demihuman. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss! An dieser Stelle noch ein Hinweis auf unsere Patreon-Kampagne. Auf patreon.com slash hooked könnt ihr uns monatlich finanziell unterstützen. Ab 5 Dollar erhaltet ihr bereits Zugriff auf all unsere exklusiven Inhalte. Da wäre zum Beispiel ein Late-to-the-Party-Video zu Metroid Fusion. Vielen Dank an alle, die uns dort bereits supporten!